Tag, mir ist aufgefallen, ich habe schon ewig kein Video mehr aufgenommen, in dem ich irgendwas erzählt habe oder von irgendwer berichtet habe. Und irgendwie habe ich da gerade Bock drauf und das sind wahrscheinlich so ein paar Auswirkungen von den ganzen Verrückten, die sich gerade in Berlin treffen bei der Republika. Verrückt, die es ja irgendwie nicht hin konnte und teilweise nicht hin wollte. Und jetzt, wo das losgeht und die ersten Videos und Fotos auftauchen und die ersten Statusmitteilungen und so, habe ich dann doch ein bisschen Sehnsucht. Und irgendwie ist das ja immer eine ganz kreative Brut, die sich da trifft und man kriegt ja auch so ein bisschen Kreativität dann immer oder saugt das ja da quasi auf. Ich bilde mir jetzt ein, jetzt sind es jetzt Auswirkungen von da. Nur um meine Sehnsucht nach Berlin noch zu bestärken. So, was ich eigentlich erzählen wollte. Ich nehme hier dieses Video auf mit der App Horizon. Verdammt, jetzt weiß ich nicht mehr, wie die heißt. Ich glaube so. Jedenfalls ist es eine Video-App, die dafür sorgt, egal wie man ein Telefon hält, dass das Video automatisch im Querformat ist. Also diesen Landscape-Modus und nicht im Hochformat. Das heißt, wenn ich jetzt die Kamera hier drehen sollte, dann ändert sich das Bild auch nicht. Also sollte sich nicht ändern, sondern horizontal bleiben. Wie gut es klappt, weiß ich nicht. Muss ich nachher mal sehen. Also vielleicht klappt es auch ganz gut, dass es da nicht ganz so doll wackelt. Und ich habe immer noch so ein Problem, dass ich mehr auf den Bildschirm gucke, statt in die Kamera, die da ist. Und ich gucke da hin. Oder so. Ja. So. Ihr habt gerade Bits und so gehört. Oder bin gerade dabei, Bits und so zu hören. Und zwar die vorletzte Folge, die ich täusche. Wo sie ein bisschen über die CarPlay gesprochen haben. Und, ähm, ja. Von Apple hier, ne? Wisst ihr ja. Kennt ihr ja alles. Bräuch ich ja nicht erzählen. So. Und dann kam mir folgende Idee. Weil da auch erwähnt wurde, dass man ja eigentlich so ein iPad Mini irgendwie in eine Konsole einpflanzen will. Und vielleicht gibt es schon und sicher kam schon jemand auf die Idee. Und ich weiß, dass es auch schon Bilder gibt, wie jemand sich sein iPad und iPad Mini oder iPad Mini in der Mittelkonsole vom Auto eingebaut hat. Aber das wäre doch eigentlich ein cooles Hardware-Kickstarter-Projekt. Und wenn man jetzt hier Kohle sammelt, um so eine Art Adapter oder so zu basteln, was du in so einen Doppel-Dinn-Schacht im Auto einpflanzen kannst, ne? So. Schiebst du da rein. Und vorne ist so eine Aufnahme dran, wo du das iPad anklickst. Denn wenn das Auto jetzt abends abhackst oder hinstellst oder irgendwo länger steht, willst du ja nicht, dass das iPad die ganze Zeit da drin rumliegt. Das ist ja, ne? Das ist ja doof. Weil du willst ja vielleicht zuhause mitspielen. Also baust du hier irgendwie so eine Aufnahme in Doppel-Dinn-Schacht mäßig, die du dir das Auto pflanzt. Und wo du mit wie so einer Art abnehmbaren Bedienteilen das iPad ran und wieder abklicken kannst. Wo du dann die ganzen Apps und so drauflaufen lassen kannst hier, ne? Auf dem iPad hier. Navi, Spotify, Musik, hast du ja alles. Dann brauchst du ja kein Radio und nichts mehr. Muss natürlich irgendwie über Bluetooth wahrscheinlich dann mit den Lautsprechern im Auto funktionieren. Was aber auch kein Problem, ein großes Problem sein sollte. Ähm, ja. Also von den Sachen. Ich weiß jetzt nicht, ob jemand schon die Idee hatte. Ähm, wenn nicht. Meine Idee. Jetzt, hier. Also wer das irgendwie basteln will und bauen will, der soll die Felix mich mit ins Boot holen. Schließlich war das jetzt meine Idee. Ähm, und dann starten wir so ein Kickstarter-Projekt. Und ähm, setzen das um. Das wär doch meine Idee. Hab ich natürlich keine Ahnung. Ich kann das jetzt hier nur in dem Video erzählen und veröffentlichen. Und hoffen, dass er nur so fair ist, äh, der das machen könnte und sich meldet bei mir. Äh, oder um so einen dummen Arschloch setzt sich selber um und sagt, das war seine Idee. Das wär natürlich mies, aber kann natürlich auch nichts ändern. Äh, äh, denn wenn man solche Ideen hat, und ich hab ab und zu mal ähnliche Ideen, sagen wir mal so. An wen wendest du dich dann als kleiner, publiker, äh, Videobastler und Blogger und, äh, Angestellter? Äh, ne? Und wo gehst du hin und sagst, hier, ich hab so und so die Idee? Können wir das zusammen umsetzen? Musst du ja irgendwie einen Geldgeber, Macher und so finden, ne? Selbst wenn ich einen Geldgeber finde, hilft mir das auch noch nicht so viel, weil ich muss ja dann nur noch was finden, wo ich das herstellen lasse. äh, beziehungsweise so bauen lasse. Ähm, ja, also wenn ihr da Ideen habt oder Vorschläge, ja, kommentiert doch mal einfach hier in YouTube oder im Blog, wo du drinsteht oder wo auch immer ihr das gerade seht. Oder meinetwegen auch als Video. So, und jetzt gucken wir uns mal das fertige Video hier an, wie diese App funktioniert hat. Ähm, in diesem Sinne. Tschüss.